hallo und willkommen zurück zu einer kleinen runde ich wurde gerade von fischer sie eingeladen also ich habe mich gerade eingelogt und wir haben heute eine cr 56 mx dabei eine sogenannte gemahlte winde also zumindest der skin ich habe die vermutung dass diese ganze runde besteht oder dass sie hatten kleinere so falsche richtung aber das könnte natürlich alles täuschen ich habe jetzt schon länger kein team deadmatch gespielt die karte ist aber schübsch gemacht häuser spiele eigentlich gleich in der nähe sponen das heißt alles ist an einem weg es gibt natürlich ein bisschen weiter so die fertigkeit die ich gerade verwendet habe ist napein ich finde sie sehr gut die zieht sich durch die karte und man kann wege komplett absperren das heißt man zwingt den gegner auf seine laufwand ja die wache ist für mich fertigkeit die auch auf ist auch echt super alles was den kriegner verwirrt oder beziehungsweise unerwarteten schaden nicht lange fackeln sondern einfach das war dasselbe spiele das sind ja nur ein paar meter dass er dann wieder respond ist wie sie wir haben schon 41 16 und ich habe nicht einmal jetzt in der ecke die chassi wird jemanden geholt hat also könnte wirklich sich um bord fahren aber vielen dank für die einladung hat spaß gemacht also ich habe schon länger kein team gespielt ja dann vielen dank und wir sehen uns